Ja, Ensi, also ich habe jetzt in den letzten zwölf Wochen, nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe, so wie du mich da beraten hast und nachdem ich ganz viel Home-Workout gemacht habe, habe ich tatsächlich elf Kilo verloren. Das habe ich vorher noch nie geschafft, wo ich versucht habe, schon alles Mögliche zu machen mit irgendwelchen Diäten. Und teilweise habe ich das Gefühl, habe ich nichts mehr gegessen, nur kurz vorm Umkippen, irgendwie ein Stück Käse oder ein Stück Obst oder so. Das hat alles nichts gebracht, aber... Sehr schön. Ja, dank dir hat es endlich geklappt. Sehr gerne. Ich habe mich in das Frühstück verliebt, Eier mit Kottichis, hätte ich nie gedacht, aber es ist mein absolutes Lieblingsessen seitdem. Und auch einfach immer zu wissen, das habe ich dann auch aber ungefähr nach zwei Wochen gemerkt, da hat sich mein Körper so richtig dran gewöhnt. Ich hatte immer ja das Problem, wenn ich morgens aufgewacht bin, hatte ich keinen Hunger. Und das war jetzt so, ich war schon vorm Wecker wach und habe so gewartet, okay, jetzt noch eine Stunde im Bett bleiben und dann kann ich Frühstücken gehen. Also das habe ich sehr gemerkt, ja. Der Support war super. Also ich habe immer eine Antwort bekommen, bis mal, wenn ich ein Problem hatte oder wo vielleicht die Motivation mal zwischendurch ein bisschen stagniert hat, da hast du und Coco mich super unterstützt. Sehr zufrieden. Und ich bin so zufrieden, dass ich gerne mit dir weitermachen möchte, ja. Geil. Mega cool. Danke vielmals.